Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interviews unter dem Turm auf Außendreh in Friedrichshafen am Bodensee. Der dritte Messetag ist angebrochen und ich habe hier eine ganz begeisterte Funkerfamilie bei mir, den Lenny, die Mama Claudia und du hast glaube ich die Prüfung bestanden, oder? Herzlichen Glückwunsch erstmal und sag mal, was war das denn für eine Amateurfunkprüfung? Die Klasse N, die neue. Warst du aufgeregt gestern? Bisschen. Und war es schwer? Zu einfach. Ja, das ist aber toll. Gibt es denn bei euch, Amateurfunk ist ja wirklich bei euch groß geschrieben, oder? Ich glaube, ihr seid da auch bei einer Clubstation. Ich lese da irgendwas auf deinem T-Shirt. Was ist das? Das ist DR4W und das ist eine Clubstation und da machen wir auch mit. Genau und ich habe das T-Shirt bekommen, weil ich für jemanden die Pokale abholen musste, mal hier auf der Bühne, letztes und vorletztes Jahr. Und jetzt bist du das erste Mal auf der Hemmradio? Nein, ich schätze das fünfte Mal. Und du bist DRC-Mitglied, habe ich gehört, ne? Du bist zehn Jahre und wie lange bist du DRC-Mitglied? Auch zehn Jahre. Das ist ja Wahnsinn. War das selbstverständlich, das Kind sofort im DRC anzumelden? Ja, natürlich, das gehört ja zu. Ja, das ist prima. Wie heißt denn euer Ortsverband? B26, Feuchheim. Was passiert denn da Schönes? Also wir haben dort einen Bombenkoffer jetzt gekauft von Artis. Und wir haben den großen genommen und den bauen wir jetzt auf. Also wir löten den zusammen. Und wir haben auch ein Jugendfeel-Laybald in Malaufstein bei Erlangen. Und da haben wir auch einen großen alten Bundeswehrmasten, einen 25-Meter-Masten und auch zwei alte Feuerwehren. Was sagen denn deine Freunde eigentlich dazu, dass du das machst? Nicht alle Freunde wissen das, dass ich Funk-Amateur bin. Und sag mal, was findest du, ist denn das Besondere für dich am Amateurfunk? Dass man mit Leuten aus aller Welt funken kann. Und was war das Besondere auf der Hem-Radio jetzt hier? Dass ich dieses Jahr zum ersten Mal im Hem-Camp war und dort viele kennengelernt habe, die ich aus der Jugendgruppe vom DRC kenne. Aber jetzt zum ersten Mal habe ich die auch richtig kennengelernt. Was war denn der Grund dafür, dass du jetzt da deine Lizenz aufgestockt hast? Was willst du denn jetzt machen, wenn das Rufzeichen endlich da ist? Ich habe das Rufzeichen schon eigentlich seit gestern. Aber ich wollte die Prüfung halt einfach machen, weil ich halt das Rufzeichen, ein Rufzeichen haben wollte und nicht mehr das Ausbildungsrufzeichen. Und ich wollte es halt gleich auf der Helm machen, weil dann war ich halt einer der Jüngsten auch. Und deswegen habe ich halt hier das Rufzeichen gemacht. Vor allen Dingen bist du einer der Ersten. Die Klasse N wurde ja zum ersten Mal offiziell hier auf der Hem-Radio abgeprüft. Und weißt du denn, wie viele gestern bestanden haben? Eigentlich alle. Und der Prüfer beim Kontrollieren wurde wirklich so gesagt, dass ich die Granate in der Prüfung war, weil ich sehr, sehr gut war. Hast du denn viel gelernt zu Hause mit Mama und Papa? Ja, ich habe seit dem 23. Dezember 23 angefangen zu lernen. Bis gestern. Und es hat sich ja gelohnt. Und sag mal, dieser Bombenkoffer vom Artist, den ihr da habt in eurer Jugendgruppe. Was ist denn, wenn du den Lötkolben in der Hand hast, oder was ist denn da für dich das Besondere eigentlich dran? Dass man halt was machen kann, was nicht jeder kann, nämlich mit heißen Sachen rumspielen sozusagen. Und dass halt am Ende dann man wirklich Spaß haben kann mit diesem Bombenkoffer. Jetzt kann man ja sagen, dass ihr eine richtige Funker-Familie seid. Wie bist du denn da zum Amateurfunk gekommen? Ja, wahrscheinlich ziemlich klassisch über meinen Mann. Der hat mich dazu gebracht. Und ja, wir haben da schon auch coole Sachen erlebt. Wir sind zum Beispiel in unserer, wie sagt man, Hochzeitsreise, genau. Da sind wir auf diese Schellen geflogen und dann hat man von dort Contest gemacht. Und das war doch schon ein spannendes Erlebnis, genau. Das passt ja gut zu unserem Motto. Wir haben ja das Motto Islands on the Air, das Jubiläum. Was war denn für dich jetzt bei dieser Hemmradio das Besondere? Also natürlich der aufregende Moment, wo der Lenny seine Lizenz bestanden hat. Also bis wir das Ergebnis hatten, da hat es schon bei uns allen ganz schön gekribbelt. Und ja, auch ein paar Erinnerungen wieder wecken. Also bei mir ist es ein bisschen länger her, dass ich da war. Da warst du noch sehr, sehr klein. Und ja, es war irgendwie schön, wieder da zu sein und viele Menschen zu treffen, die man sonst eben nur hört. Vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Die November-Eco-November-Familie, wenn ich euch so nennen darf. Wahnsinn, hat jetzt ein Mitglied mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen letzten Hemmradio-Tag. Bedanke mich. Und damit verabschiede ich mich hier vom Freigelände der Hemmradio mit etwas Stimmverlust mit einem ganz herzigen VY73, eure Steffi, Delta Oscar 7, Papa Romeo. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, abonniert den. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann drückt die Glocke. 73 aus Braunatal. Amit. Amen. Vielen Dank.